Wir befinden uns hier am Neustädter Markt, einen der wichtigsten Plätze unserer schönen Stadt Dresden. Sie haben sicherlich schon die Plakate gesehen, die auffordern zum Bürgerbegehren Neustädter Markt. Wir Freien Wähler sind der Meinung, Bürgerbegehren und Bürgerbeteiligung sind unheimlich wichtig. Wir alle gestalten gemeinsam unsere Stadt, wir alle bringen uns gemeinsam ein und da ist zu einem Bürgerbegehren ein unheimlich wichtiger Beitrag. Deswegen meine Bitte an Sie, unterschreiben Sie für das Bürgerbegehren Neustädter Markt.